Äh, buongiorno. Guten Morgen, ihr Säcke. Heute gibt es wieder mal ein Restposten-Paket. Ein Restposten-Paket ist immer sehr spannend, finde ich persönlich. Macht Spaß, macht Bock. Ist geil. Ist einfach nur geil, Alter. Wieso schwitze ich denn immer wie so ein ekelhafter Sack? Reingeguckt. Wie oft hatten wir einen Restposten? Einmal erst, ne? Wir hatten erst ein Restposten-Paket, glaube ich. Ja, und deswegen wird es Zeit für das zweite Restposten-Paket. Ich habe mir bei Ebay wieder mal ein Restposten-Paket bestellt. Und zwar für 19,95 Euro. Es sollen 30 Teile drin sein. Wir lassen uns wie immer überraschen, würde ich ganz einfach mal behaupten. Wenn ihr das erste Restposten-Paket noch nicht kennt. Check den Shit, motherfucker. Ja, wir wollen nicht weiterreden. Oh, okay, also, was wiegt denn das? Steht das hier drauf? Es wiegt 5,8 Kilogramm, dieses Paket. Guckt euch das an. Es ist wieder ein fettes Paket. Es ist vollbracht, das Paket ist geöffnet. Wir haben ein LAN-Kabel. Ist vollkommen okay. Also geht es vielleicht diesmal ein bisschen in Richtung Elektronik. Jo, Leute, hier haben wir was ganz Besonderes. Und zwar ein, ja, ich würde sagen, es ist ein LAN-Kabel. Super. Also ein LAN-Kabel kann man immer gebrauchen. Ein LAN-Kabel ist was Besonderes. So, und hier. Oh, iPhone 6 Plus, ein Cover. Geil, so ein 3D-Ding. Ich hoffe, man sieht man den Effekt. Ja, den sieht man, den Effekt sieht man auch im Video. Ja, okay, wieder was Schönes für den Flohmarkt. Also ich denke mal, dass das gesamte Paket wird auf dem Flohmarkt landen. Hier haben wir wieder was, was man gebrauchen könnte. Ist innovativ auf jeden Fall. Ein LAN-Kabel, Leute. Ein Netzwerkkabel. Guck mal hier, 10 Euro. Also, aus welchem Jahr ist denn das Kabel? Wieso kostet das 10 Euro? Oh, hier ist was Großes. Aber ich nehme mir erstmal nochmal das hier. Ja, für Trucker-Fahrer, Leute. Das ist für Trucker-Fahrer. Oben kannst du hier das hinmachen. Frontscheiben-Verzierung mit Fransen. 2,35 Meter lang. Ja, für Trucker-Driver. Kostet 9 Euro sonst. So, hier haben wir, glaube ich, wieder was Besonderes. Ja, tatsächlich. Wir haben wieder was, was sehr, sehr Besonderes. Es ist ein LAN-Kabel, Leute. Es ist ein LAN-Kabel. Oh, geil. Ah, perfekt. Hier, das sind unsere Lampen hier. Geil. Perfekt. Unsere Glühbirnen, die wir hier sowieso brauchen. Da haben wir, glaube ich, sowieso noch ein oder zwei Stück. Hier im Schlafzimmer und im Wohnzimmer. Da haben wir genau diese Lampen. Hallo, gehen leuchten. Geil. Germania. Das scheint mir auch für Trucker zu sein oder was. Für einen Spiegel. Oder wozu? Ja. Ich nehme mal an, das ist auch für Trucker. Oh, hier fühle ich was ganz Besonderes, Leute. Ihr werdet es nicht glauben. Ihr werdet es echt nicht glauben. Dreckiges, stinkendes Netzwerkkabel. Scooter-Baub. Für einen Roller. Für einen Roller-Baubs. Glühbirnen für einen Roller. Warte mal, ich lunse mal hier rein und hole mal diese ganze Scheiße hier raus. Da ist noch eine Menge drin, Leute. Das ist ein Schweiger-Adapter. Ja, hier so ein PC-Adapter. Oh, das ist gar nicht so verkehrt. So ein DVI-Adapter. HDMI auf der einen Seite und DVI auf der anderen Seite. Okay. Das ist schon mal auch nicht so verkehrt. Und hier haben wir nochmal Bulbs für den Scooter. Leider besitze ich keinen Scooter. Und hier haben wir von Barbie. Original von Barbie. Eine Tischdecke. Alles klar. Was ist das hier? Winkelkupplung. Antennenkabel. Ach so, so ein Winkelding. Ja. Kann man ein Antennenkabel reinstecken, dass das dann hinter dem Schrank oder so kannst du das dann machen. Das sind doch mehr als 30 Teile, oder nicht? Finger Food. Oh, cool. Ja, kleine Plastik-Schälchen für Finger Food. Also hier ist Sushi abgebildet. Sushi schmeckt mir leider nicht. Das ist ekelhaft und widerlich. Und ja, hier kann man irgendwie Ketchup reinmachen oder so. Weil Ketchup ist nämlich nicht widerlich. Ach, hier haben wir noch was Besonderes. Das habe ich rausgefischt noch. Was ganz Tolles. Und es fängt an, auch toll zu werden. Diese Balbs fangen langsam auch an, toll zu werden, Leute. Die gefallen mir immer mehr. Also ich sage euch nur nochmal, hier ist halt noch ein großes einzelnes Paket drin, was wirklich auch sehr massiv ist. Ich höre ein paar Sachen mehr raus. Und hier haben wir wieder so ein paar Schälchen. Ja, ist eigentlich gar nicht so verkehrt, aber was willst du damit? Ja, es sind hier, weiß ich nicht, 20, bestimmt 20, 30, ja 30, 30 mal hier so eine Finger Food-Schälchen, wo du eine Rolle Sushi drauf balzen kannst. Und hier haben wir Sunglasses. Alter, hä, das ist ja auch wieder genau die Nachbarung. Ich habe mir gerade eine Sonnenbrille geholt. Die hat genau dieselbe Form. Allerdings nicht so ein Billig-Scheiß hier, was 0 Euro kostet, höchstwahrscheinlich. Ich habe meine Feine geholt von Adidas, Leute. Aber es ist von der Form genau dieselbe. Lass ich jetzt auf. Lass ich jetzt einfach auf. Was ist das hier? Das ist ein F-Abschlusswiderstand. Achso, auch für, ähm, ja, für SAT-Antenne. Leute, das, warte mal, ey, das ist ja hier sau viel noch. Alter, das ist, also, Preis ist heftig. Also 19 Euro ist geil, muss ich sagen. Oh, hier sind auch Scooter-Balbs blau, in blau. Und, aber die, die passen auch bei mir ins Auto. Das sind auch wirklich, äh, ja gut, aber blau ist natürlich scheiße, ne? Hier haben wir Türschloss-Endeiser. Geil. Natürlich nicht schlecht, von Shell auch noch. Hier haben wir ein Car-Storage-Pocket. Kannst dir ans Car hängen und dann kannst du Sachen storagen. Nochmal diese Tischdecke zweimal, dreimal noch. Und wieder mal mein Lieblings-Produkt. Was ist das? Das haben wir auch zweimal drin. Oh, Kontaktlinsen. Cool. Ein Traveling-Set. Ich habe keine Kontaktlinsen. Kontaktlinsen, aber meine Freundin hat Kontaktlinsen. Also, da haben wir schon mal zwei Traveling-Sets. Nochmal Light bulbs, blaue Light bulbs. Hier haben wir eine Schutzkappe für F-Stecker. Ich weiß nicht, was ein F-Stecker ist. Aber, äh, ist auch ein Anten... Also, sieht mir auch nach Antenne aus. Und hier haben wir noch ein Storage-Pocket. Also, die Menge ist heftig, oder Leute? Ja, hier haben wir Ersatz. Die heißen anscheinend Western-Stecker. Hier fürs Telefon und so. Wieder diese Winkelkupplung, die wir schon mal hatten. Und nochmal Kontaktlinsen. Traveling-Sets. Und jetzt haben wir hier drei Riesen-Pakete. Und zwar haben wir hier... Scratch-Repair-Set. Cool. Kratzer-Entferner. Ein ganzes Display. Ich lasse das mal zu, weil... Das sind anscheinend... Ja, solche Tücher, nehme ich mal an. Vielleicht mit einem Mittelgetränk, was halt so ein bisschen Kratzer entfernen kann. Das ist eine coole Geschichte. Hier haben wir... Ein Animal-Train. Pull here before try me. Geiles Teil. Und, ladies and gentlemen, here is the main event. A bucket barbecue. Rond, jonge. Rond, jonge. Auch als Kö... Och als Köhler zu brücken. Auch als... Köhler... Kühler zu gebrauchen, nur, jonge. Das ist doch so Saarland, jonge. Geil. Ein Grill. Also, geil. Leute. Dieses Package, Leute. Es ist heftig. Es ist heftig. Also, heftig. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Einfach nur heftig. Oh! Sogar nochmal Sunglasses. Also, geiles Package auf alle Fälle. Geiles Package. Geiles Package, Leute. Guckt euch diese Menge an. Guckt sie euch an. Also... Also, was ist denn... Was ist denn los hier? Das hier für 19,95 Euro, Alter. Ja, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch was. Ja, wir sind jetzt beim nächsten Unboxing, Leute. Wir sehen uns. Euer Schinski. Ich grüße euch ganz herzlich. Frieden auf Erden. Wir sehen uns. Ich bin mir... Wir sehen uns.